Moin moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Blades of Time. Wir machen weiter, wo wir aufgehört hatten. Wir sind ja das letzte Mal hier vorne stehen geblieben. Eigentlich wo ganz anders, aber egal. Na egal, aber wenn man Kapitel neu startet, dann ist das ja was ganz anderes. So, wir hatten ja... Zack. Ah ja, stimmt ja. Das wird ein lustiger Kampf, das kann ich auch jetzt schon sagen. Zack. 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 Ist da sonst noch hier was? Ja, da. Zack. Da ist nix. So. Das haben wir... ...schon gesehen. Ja genau, 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 genau. So. Zack, 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 zack. Können wir nämlich dann schön nämlich Lebensenergie hier dann haben So Ja, so So, wie war das? Genau, da Maul Commander, Commander of Brutal Knights In addition to his heavy melee attacks He can also use a powerful gun That can freeze you He is almost invincible But can be weakened for a short time Okay Woah, fuck Woah Er schießt auf mich Lenk seine Kraft auf ihn selbst um Wir nehmen ihm die Kanone ab Hier gibt es wohl noch viel zu tun Ja, Aua Fuck 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 Nein Fuck Fuck Ah! Cool! Fuck! Keine Ahnung! Auf jeden Fall, habe ich Probleme! So 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 wow! Haha Zack, 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 zack. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ja, hab's gleich. Fuck. Alter. Hör doch mal auf. Ja, danke. Haben wir hier sonst noch irgendwas rumfliegen? Wenn ich mal gerade gucken darf. Nö. So an sich eigentlich nix, ne? Wow. Nein. Oh Gott. Vor allen Dingen, wir müssen den ja... Ach, komm schon. Du mich auch. Ach. Komm schon. So. Jetzt erstmal schön eisscharf reinhauen. Ach, komm schon. So, war hier noch was? Nö, ich glaub nicht, ne? Hupzala. So, hoffentlich ist jetzt hier kein Boss-Mob oder sowas. So, einmal. So, man sollte sich ja immer schön möglichst umschauen. So, hoffentlich hat Zero einen weniger stressigen Weg gefunden. So schaut's aus. Wir wollen ja nicht, dass das hier irgendwie ausartet. In diesem Dauerfrost verstecken sich sicher interessante Dinge. Ja. An dieser Welt aus Eis hätten Wissenschaftler sicher ihre Freude. Oh ja. Aber nur bis die ersten Monster kommen. Ja, genau. Ja, genau. Du sagst es. Weiter. Weiter. Zack. So, Nummer eins. Na, kommst du her? Zack. So einfach geht das. Was willst du machen, ne? So, die Frage ist nur, wo muss ich... Bevor ich irgendwo hingehe. Da oben. Hier gibt's doch mit Sicherheit noch irgendwas. Oder? Ich frage es jetzt nur, welcher ist der richtige Weg. Hä? Aha! Hier gibt's die Kiste. Ah, hier. Swords of Magic. Frost Spells. Hä? Auch keine Ahnung. Juckt mich jetzt, ich will nicht. Wir haben so viele davon. Also war gut, dass wir da lang gegangen sind. Kriegen wir auf jeden Fall die Schwerter der Magie. So ungefähr. Naja, egal. Ähm, wir haben da jetzt was soll jetzt. Wir müssen jetzt erstmal da lang. So, ich will erstmal... Zack, 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 zack. Na, komm schon. So. Das lenk ich dann... So viele Krieger sind hier auf furchtbare Art gestorben. Ja, du... Von einer Sekunde zur anderen sind sie zu Eis erstarrt. Ähm. Ja. Oh Gott, nee, ich kenn das. Rüst zum... Oh Gott. Ja. Diese Zombies sind nicht so einfach umzubringen. Du musst nach etwas wirkungsvollerem Ausschau halten. Hä, hä, hä. Heißt das, ich muss sie zu Staub zermahlen? So ungefähr, ja. Restless Zombies. Wenn du meinst. Ihr könnt da aber nicht runterkommen, ne? Nö. Das ist das Lustige, oder? Puh, doch, können die. Hm, wie mach ich das jetzt? Da, ta, 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 ta. Wir stehen wieder auf. Nun ja, das würde sie sicher aufhalten. Ich kann versuchen, die Monster in die Mitte des Feldes zu locken. Oh. Hallihallo. Komm mal hin. Brave Sache. La la la. La 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 la. Aua. Aua. Da da. Da da. Ta da. Ta da 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 da. Da 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 da. Da da da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da da da. Da 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 da. Da da da. Da da da. Komm schon. Ja. Sauber. Ich denke, das Portal ist ganz in der Nähe. Ja. Also, ohne dich und die Altäre hätte ich es niemals bis hierher geschafft. Aber ich verstehe es immer noch nicht. Warum können die Menschen die Kraft der Altäre nicht so nutzen wie ich? Riffle of the Chaos Stone. Poi nicht. Ich weiß es nicht, Ayumi. Vielleicht haben sie Angst. Oder sie sind nicht so gut wie du. Du schmeichelst mir. Hä? Ich weiß, du machst dir Sorgen um Zero. Zero hat mir alles beigebracht, was er weiß. Ich bin sicher, dass er es schafft, hier wegzukommen. Ja, wobei das auch schon wieder so eine Frage ist, ne? Na, egal. Hauptsache, wir schaffen das hier. So. Ich weiß jetzt schon, wie ich das Ganze nennen soll. Oh, nee. Nee, 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 nee. Das kann lustig werden. Warte mal. Ist das wieder so ein Kampf oder was? Äh, witzig. Ein großzügiges Angebot zu unterbreiten. Schließ dich den Streitmächten des Generals an, Ayumi. Und wenn ich nicht mitspiele? Dann haben wir das Recht, dich auszulöschen. Wie beeindruckend. Aber, was eure Befugnisse angeht... Äh, 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 äh. Ui, äh, äh, da, 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 da. Der war mies. Der war mies. Der war richtig mies. Ah. Boah, da musst du richtig reagieren. Okay. So geht das. Nein, nein, nein. Nein. Ach, komm schon. Ach, Mannu. Ich stell mich grad zu dem nicht an. Oh, Gott. Ah. Zack. Zack. Ich glaub das nicht. Mann. Dieser Bosskampf in der Luft. Das ist einfach unglaublich. Ah. Komm schon. Hübsches Ding. Da wirst du doch wohl's schaffen. Das war's schon. So viel Getue. Und dem Nu war es vorbei. Da, 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 da. Da unten, Ayumi. Wir sind ja überall. Alter. Hä? Hä? Ja. Ja. Wenn ich nix sehe, wie soll ich das dann regeln? Das ist doch kacke mit der Kamerasteuerung. Ah, egal. Irgendwie werde ich das schon regeln. Ja, komm, lass mich doch da. Drauf gehen. Das war's schon. Ach. Meine Frisse. Dieser Bosskampf, ne. Ah, ja, ja, ich weiß. Jetzt krieg ich wieder zigtausend Sachen. Ach, Mann, oh. Dieser Bosskampf riecht mich aus. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Genau, die Musik ist so episch, weißte. Das war's schon?